Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Mario World. Äh, mein Mikrofon steht hier grad ein bisschen... Äh, ein bisschen schief. So, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu sehr gehört. So, das Secret Exit auf der Käsebrücke, ein weiteres Mal. Äh, ich werd das jetzt ein bisschen öfter versuchen. Oh, der Midway Point wird mir gelassen. Oh, wie geil ist denn das bitte? Okay, das ist natürlich dann richtig gut. Ich dachte, der Midway Point wird mir nicht gelassen, weil ich ja quasi das Level gewechselt habe. Okay. Das ist wirklich sehr geil. Oha, bloß nicht runterfallen. Du musst mich jetzt erst mal hier wieder dran gewöhnen. Ist doch schon wieder zu lang her. Nein. Wow. Wow, ernsthaft? Vielleicht krieg ich das mit der Feder ja auch hin. Ich muss aber die Feder behalten. Sagte er und warf die Feder weg. Ähm, ja. Scheiße. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Yay. Oh, Mann, ey. Eigentlich wollte ich das ja alles rausschneiden. Also von wegen, ich zeige euch nur die Versuche. Und wenn ich dann wieder Yoshi holen gehe, dann schneide ich das raus. Äh, aber jetzt. Das war ja gerade einfach nur kräßlich. Ja, also. Wenn wir mal einen richtigen Versuch haben, dann schneide ich das gerne mal raus. Oh, Mann. Ja, Fehlern. Ich weiß halt nicht, ob man das auch mit einer Feder... Nee, das schafft man nicht mit einer Feder. Fühlt mir gerade ein. Das kannst du gar nicht mit einer Feder schaffen. Moment mal, wo war nochmal? Der A-Knopf. Gut. Nein. Ich wollte da nicht rein. Mario. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Bitte. Ich bin eben jetzt aufgestanden, Leute. Es kann sein, dass ich mich wieder ein bisschen komisch anhöre. Gestern war auch Konzert. Ja. Deshalb kann es noch komischer sein, wie ich mich anhöre. Weil meine Stimme vielleicht noch ein bisschen abgefetzt ist. Aber gut. So. Gesebrücke again. Bleibe ich jetzt trotzdem mit dem Mitwaypoint? Ja, ich finde das so geil, dass ich doch den Mitwaypoint bekomme. Weil das war ja auch eigentlich meine große Sorge, dass ich den eben nicht bekomme. So. So. Ja. Ja. Okay. Nein, ich habe das Ziel berührt. Nein. Nein, ich habe das Ziel berührt. Das gibt es doch nicht. Oh Mann, leck mich noch am Arsch. Oh nein. Ich darf das Ziel nicht berühren. Ich muss unter das Ziel fliegen mit Yoshi. Und wenn ich, sobald ich hinter dem Ziel bin, muss ich von Yoshi absteigen. Oh, das ist so ein Assi-Secret-Exit. Doch. Stimmt doch. Mann. So, ich brauche nur eine Feder. Ich habe ja noch einen in petto. Ja, gut. So, Yoshi. So, komm. Das war jetzt doch gar nicht so schwer, da hinzukommen. Ich heiße jetzt mal auf Rausschneiden. Ich will das jetzt hier machen, ja? Gott. Oh Mann, das wäre es fast gewesen. Und dann berührt der Donner mit seiner, mit dem M auf seiner Mütze, berührt er dann auch der Sieg und Exit, weißt du? So richtig unnötig. So, bitteschön. Komm jetzt. Zack. Ja. Oh, fliegen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hm. Ja. Ja. Gut. Yes. Oh, das Secret-Exit ist mein. Oh. Ich hätte hier ein bisschen aufräumen sollen. Oh, nice. Das Secret-Exit ist mir. Legt mich am Arsch, ey. Ich muss sagen, das war einfach nur Assi versteckt. Das war einfach nur Assi versteckt. So, und was haben wir jetzt hier? Soda Lake. Okay. Nach Käse kommt Soda. Von mir aus. Ach, nö. Aber hier gibt es kein Secret-Exit. Einfach nur durch. Ach, nö. Ah, nö. Ah, ui, ui, ui. Naja, da kann ja eigentlich nichts Besseres drin. Hallo? Hallo? Na gut, jetzt hätte ich doch die Feuerblumen eben sollen. Oh Gott. Oh Gott, das geht doch nicht gut aus. Wie willst du denn da durchkommen? Kann ich da drüber? Nee. Ah, man. Ich habe eigentlich vorher noch auf Schwimmen gedrückt, damit ich eben nicht darunter falle. Warum habe ich wieder fünf? Ach ja, ich habe ja den Mond eingesammelt. Stimmt. Habe ich vergessen. Der Mond gibt ja drei Leben. So. Hallo? Ach, komm schon. Ey, die ist eine dreckigen, dreckigen Fische. Das sind nicht mal Cheep-Cheeps oder sowas. Das sind einfach nur dreckige, dreckige Fische. Natürlich kommt jetzt eine so eine scheiß Bombe. Alter, Mario. Der unter Wasser, der lässt sich kaum steuern. Alter, Mario, ist das denn ernst? Alter, können die Fische mal da unten aufhören? Damit ich mal endlich runter kann. Dankeschön. Vielen Dank. Oh. Okay. Na gut, das ist jetzt nicht so schwer. Alter, wie viele Fische hier kommen. Die Yoshi-Münzen interessieren mich auch einfach gar nicht. Die interessieren mich den Scheiß. Ich will hier einfach nur durch. Ich will hier einfach nur durch. Oh, nö. Scheiße. Nein. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, ich kann da drunter durch. Oh mein Gott, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Boah, ey. Wäre ich da nicht drunter durchgekommen, wäre ich verreckt. Oh, thanks, Gott. Thanks, thanks, Gott. Oh, nice. Ich wollte gerade schon sagen, geht's nicht weiter. Ah. Es geht mal wieder in die Star Road. Das machen wir aber wann anders? Das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir am Ende. So. Nach der Keksbrücke und dem Soda Lake kommt jetzt natürlich der Keksberg. Natürlich. Ach, nö. Nö, Maulwürfe. Oh Gott, ich hasse. Ich habe eigentlich zehnmal, also wirklich ungelogen, zehnmal auf B gedrückt, aber der ist nicht gesprungen. Eigentlich hätte der mich nicht erwischen dürfen. Viel zu viele. Ach, nö. Ach, nicht der Spacken. Dreckige, dreckige Maulwürfe. Mann, wie heißen die denn nochmal? Die heißen nicht einfach nur Mauls, oder? Oh Mann, wie hieß der noch? Der scheiß dreckige Maulwürf. Komm, spring doch in den Abgrund. Dankeschön. Wow, der hört auf mich. Ich habe Angst, dass hier noch mehr Maulwürfe kommen. Okay. Warum ist da eine Shell? Was bringt die? Gar nichts, oder? Was? Ach komm. Komm, erstens ist der ja mal volle Kanne auf mich gesprungen, ja? So, gut her. Scheiße. So, zack. Uno. Scheiße. Nein. Ey, jetzt nicht mal den Maulwürf verrecken, bitte. Dankeschön. Gott sei Dank. Kommt mal, ja. Was mit dem letzten? Ja, wow, Alter. Da kommen vier Stück raus. Was willst du denn da machen? Leck mich doch am Arsch. Oh nein. 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 Ich bin so ein Trottel. Ich bin so... Ich habe nur noch ein Leben. Ich habe nur noch ein Leben. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte einfach speichern sollen. Oh nein, wenn ich jetzt verrecke, muss ich das alles nochmal machen. Nein. Hör doch auf. Ach, deswegen ist die Shell da. Kann das sein? Boah, habe ich gerade ein Glück gehabt. Habe ich gerade ein Glück gehabt. Oh nein. Ich darf nicht. Ich muss das alles nochmal machen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nein. Nein. Oh, warum bin ich denn in das Level gegangen? Nein. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin einfach ein Vollidiot. Keine Sorge, ich mache das. Ich mache das auf Screen. Also das Secret Exit und das Wasserlevel mache ich nochmal auf Screen. Wir probieren jetzt trotzdem aber weiter nochmal den Keksberg. Oh, ich bin so ein Trottel. Das kann nicht wahr sein. Ich meine, es war ja jetzt nicht schwer, ne? Also das Secret Exit. Das Wasserlevel war schon schwer. Kann ich den eigentlich damit auch... Ja, kann ich. Sehr gut. Die Maulwürfe ja auch. Sollte mich aber auch nicht zu sehr darauf verlassen. Gut. Ich hätte mir einfach eben schon eine Feder holen sollen. Shit. Kann ich da rein? Nö. So. Ach, nö. Verpiss dich doch, bitte. Okay, einfach, einfach durch. Da ist der Midway Point. Gut, kann ich da rein? Ne. Gut, Midway. Und lauf einfach durch, lauf einfach durch, lauf einfach durch. Höh! Ich bin jetzt einfach nur irgendwo gegengesprungen. Was ist hier oben? Ein Leben! Oh, das hätte ich eben gebraucht. Nicht jetzt. Monty heißen die, Monty. Oh. Wie ist dein Name wieder eingefallen? Oh, Yoshi. Ja gut, ich meine, Yoshi kann ja alle essen. Nein, Yoshi. Nein. Der eine verfolgt mich. Achso, der Yoshi hat was. Huh? Was soll ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also wirklich noch nie. Was zur Hölle? Nein. Aber danke für den Pilz. Nein! Scheiße. Wow! Äh, Yoshi. Danke. Was haben wir hier? Ich mach nur ne Münze. Ja gut! 18. Äh, ja, ist ja jetzt auch vollkommen scheißegal. Ach. Es ist die Frage, mach mal noch die Burg. Und dann mach mal die im nächsten Part. Hm. Nee, Moment mal. Wir machen die Burg noch nicht. Sondern wir machen noch ein anderes Level. Und zwar da oben das. Da oben das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, sehe ich gerade. Ey, das haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Das war doch das Level, wo ich drüber geflogen bin, oder? Oder etwa nicht? Hä? Vanilla Secrets? Butterbridge? Butterbridge? Hä? Das haben wir doch gemacht? Natürlich, dass wir das, wo wir drüber geflogen sind. Oh nein, Yoshi. Oh! Ich würd gern wieder drüber fliegen. Na gut, das ist jetzt nicht so schwer. Okay. Wow! Ach, du bist so ein... Naja, wenigstens sehen wir jetzt mal das Level, äh, ohne Abkürzung. Trotzdem scheiße. So, Moment mal. Hier kam doch irgendwo einer mit einer Feder. Da, du. Weißt du was? Weck mich doch an am Arsch. Habe ich das damals nicht abgespeichert? Ich meine, ich habe eigentlich immer abgespeichert. Hm, komisch. Egal. Ich meine, wir drüber fliegen. Ist das jetzt kein schweres Level? Nope. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja gut. Dann würd ich sagen, mach mir, äh, Ludwigs Burg im nächsten Part. Ich tu mal kurz mein Kontor da hier so ein bisschen hinlegen. So. Äh, ich hol gleich direkt das Secret Exit nochmal neu nach. Und, äh, das Wasserlevel. Speichern dann ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Hier, beim Castle. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss. Tschüss.